Servus, ich bin der Ludwig aus dem DAKAIN Shop in Ottobrunn bei München und ich möchte euch heute unseren Mercedes unter den Rucksäcken vorstellen, den 101 Pack. Der DAKAIN 101 Notebook Rucksack kommt mit einem separat gepäußerten Fach für einen 15 Zoll Laptop. In dem geräumigen Hauptfach bringt man beispielsweise ein School Case, ein Buch, einen DIN A4 Ordner und Blöcke unter. Des Weiteren findet man hier ein integriertes mit Vlies gefüttertes Fach für dein iPad. In der oberen, ebenfalls mit Vlies gefütterten Reißverschlusstasche verstaust du sicher deine Sonnenbrille. In einem weiteren Fach finden wichtige Magazine und Hefte ihren Platz. Die Organisertasche bietet ein extra Fach für dein Handy sowie Stifte aber auch für deinen MP3-Player. Das darüber liegende Reißverschlussfach eignet sich ideal zum sicheren Verstauen deines Geldbeutels. In der seitlich zugänglichen Vordertasche bringt man unter anderem einen kleinen Snack unter. Ein seitliches Steckfach für eine Flasche auf der einen Seite und ein Reißverschlussfach für beispielsweise eine Getränkedose auf der anderen Seite bieten zusätzlichen Stauraum. Mit der Steckschnalle an den Schultergurten lässt sich der Brustgurt einfach öffnen und variabel in der Höhe verstellen. Die ergonomisch geformten und gepolsterten Schulterriemen und das Rückenteil dienen einem bequemen Tragebund vor. Hier findet man auch ein kleines Geheimfach für wichtige Dokumente. Alles in allem ist der Dakein 101 ein absoluter Allrounder für jeden Tag. Ich hoffe es hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Rucksack, pfitts euch und bis bald!